Henry Ford hat mal gesagt, 50% deiner Werbeausgaben sind umsonst, du weißt nur nicht, welche 50%. Das ist ein Klassiker der Marketing- und Werbehistorie und es ist immer genauer zu gucken, dass man eben idealerweise möglichst wenig umsonst ausgibt und genau beachtet, wie man sein Geld effizient einsetzt im Bereich Marketing. Und hierbei ist ganz wichtig zu unterscheiden nach Push-Marketing und nach Pull-Marketing. Warum diese Unterscheidung extrem wichtig und wertvoll für dich ist, darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Dr. Florian Forster, ich bin Immobilien-Marketing-Experte und beschäftige mich natürlich mit dem Thema Marketing. Ich habe im Marketing promoviert, habe Marketing studiert und mache seit über 20 Jahren in meiner eigenen Marketing- und Werbeagentur nichts anderes als jeden Tag Unternehmen zu betreuen und ihnen genau zu erzählen, wie sie ihr Geld möglichst effizient einsetzen, wie sie es vermeiden, mit der Gießkanne durch die Gegend zu laufen und Geld planlos zu vernichten, sondern wie sie es schaffen, mit möglichst effizienten Mitteln oder geringen Mitteln möglichst eine große Wirkung zu erzielen. So, wir unterscheiden heute das Thema Push-Marketing und Pull-Marketing. Was ist das und warum braucht ihr das überhaupt Wissen? Das ist die große Frage. Also erstmal, es geht darum zu verstehen, dass es verschiedene Kaufentscheidungsphasen gibt. Es gibt Menschen, die schon ganz konkret wissen, was sie wollen und auch schon ganz klar danach suchen. Und es gibt Menschen, die zunächst mal nur ein Problem haben, aber noch nicht wissen, wie sie das Problem lösen. Die vielleicht sagen, okay, die Lösung könnte jetzt A, könnte B sein, könnte aber auch C sein, aber so ganz genau wissen sie es noch nicht und das muss man grundsätzlich unterscheiden. So, die einen, die im Grunde schon ganz genau wissen, was sie wollen, das sind die, in der Regel die, die schon konkret suchen, die schon konkret nach dem Produkt oder nach der Lösung suchen. Dazu nutzen sie zum Beispiel eine Suchmaschine. Google, Bing, gibt ja genügend. Im Immobilienbereich sind es die, die genau wissen, was sie konkret wollen. Die gehen auf ein Immobilienportal, die gehen auf Immo-Scout, Immo-Welt, auf Ebay-Kleinanzeigen, wo auch immer. Die kaufen sich die Zeitung, gehen in den Immobilien teil, schauen da alles durch. Das sind die, die ganz konkret, was sie wollen. Was machen die? Die machen nichts anderes als, die ziehen die Informationen zu sich. Deswegen auch ziehen Pull, also das ist das Thema Pull-Marketing. Menschen, die also Informationen auf Suchmaschinen, auf Immobilienportalen, Zeitungen zu sich suchen, ziehen, weil sie eben suchen, das nennt man Pull-Marketing. Und das andere Thema, Push-Marketing, heißt nichts anderes, als dass ich den Menschen, die zwar ein Problem haben, eine Herausforderung haben, aber noch nicht genau wissen, was die Lösung ist, denen muss ich nun die Lösung hindrücken. Also ich muss sie als Absender, als Anbieter, ihnen die Lösung vor die Nase halten. Also ich muss das Ganze pushen. Deswegen auch Push-Marketing. So, das sind mal die zwei Unterschiede. Und jetzt gibt es eben bestimmte Punkte, die ich beachten muss. Also, fangen wir an beim Pull-Marketing. Das heißt, da geht es eigentlich darum, dass Menschen, die konkret schon noch was suchen, dass sie mich finden als Anbieter. Also da geht es um das Thema Suchmaschinen-Marketing zum Beispiel. Da geht es darum, wie platziere ich mich in einem Portal, wie schreibe ich inhaltlich das so, dass jemand, der genau das sucht, auch mich findet. Wie muss ich es abbilden, zeigen? Da steckt extrem viel Psychologie dahinter, wie ich das genau machen muss, um die Menschen zu erreichen, die genau schon konkret danach suchen, die also die Lösung herausziehen aus dem Markt. Und das ist also entscheidend, da genau zu verstehen, wie die Prinzipien sind. Es ist oft so, dass wenn heute einer sagt, Immobilienscout zum Beispiel funktioniert nicht, dann liegt es in der Regel auch daran, dass halt die Anzeige, das Exposé nicht perfekt dargestellt ist. Die Headline beschreibt nicht den Vorteil, das Bild ist nicht optimal. Da gibt es sehr viele Fehler, die man machen kann. Wenn man das optimiert, wenn man das wirklich, das ist in den letzten Jahren nicht aufgefallen. In den letzten Jahren hast du da reinschreiben können, was du wolltest, ist trotzdem verkauft worden. Aber jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt kommt es darauf an, dass du eben genau das richtig machst und da kommt es auf Nuancen an. So, deswegen ist es entscheidend, nach welchen Keywords du optimierst, wie du deine Exposé hier reinstellst, wie deine Anzeige in der Zeitung aussieht. Also alle Themen, um gefunden zu werden, sind extrem wichtig bei Pull-Marketing. Push-Marketing hingegen ist eine größere Herausforderung, weil du musst ja erstmal Menschen davon überzeugen, dass du nicht nur sie als den Lösungsanbieter, dass du dich selber als den Lösungsanbieter platzierst, sondern dass auch gleichzeitig die sagen, okay, der hat nicht nur die Lösung, sondern ich will auch bei dem kaufen. Zwei Schritte. Erstmal musst du erst erkennen, okay, der hätte die Lösung und zweiter Schritt, der ist auch für mich relevant als Anbieter. Das sind also größere Herausforderungen und die suchen ja nicht, das heißt, das sind alles Medien wie zum Beispiel Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn, das sind klassische Medien wie Radio, Fernsehen, Plakatwerbung, also überall, wo Menschen abgeholt erstmal werden müssen und im zweiten Schritt auf dich als Anbieter hingewiesen werden müssen. So, das ist dann das Thema. Aber wenn du heute Social Media Marketing über Push machst, dann kommt es ganz, 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 ganz wichtig darauf an, dass du die Zielgruppe verstehst, dass du genau verstehst, was sind denn eigentlich die Herausforderungen. Weil der muss sich ja mit seiner Herausforderung genau angesprochen fühlen, weil sonst kommt der nicht, der sucht zum Beispiel ein Apartment mit Garten und du hättest eigentlich eins, vergisst aber in deiner Ansprache hinzuweisen drauf, dass du einen Garten hast. In deinem Angebot. So, und dann denkt der, ist nicht relevant für mich, ist kein Garten dabei. Du hättest aber einen gehabt, weil du kannst dich davon ausgehen, dass im Push-Bereich jeder sich über alle Angebote, die es gibt auf dieser Welt informiert. Das wären viel zu viele. Deswegen ist es wichtig, dass du genau Verständnis dafür hast, was will die Zielgruppe eigentlich haben, was sind die Herausforderungen der Zielgruppe, was will die Zielgruppe eigentlich, ja, und dann entsprechend das, was du nach außen pusht, daraufhin abstimmst. Und das ist eines der entscheidenden Merkmale, was du im Push-Marketing machen musst. So, das erstmal ein grober Überblick über die beiden Themen Push- und Pull-Marketing, dass es in beiden Bereichen auf bestimmte Punkte ankommt, die du beachten solltest, die relevant sind, um eben möglichst wenig Geld zum Fenster rauszuwerfen und möglichst effizient zu werben. Idealerweise nutzt du immer beide Wege. Also nicht einfach Marketing machen, sondern ich mache Werbung. Du musst dir überlegen, mache ich gerade Push- oder mache ich gerade Pull-Marketing und tue ich alles dafür, dass mein Geld gut investiert ist, dass ich genau im Push-Bereich die Zielgruppe perfekt erreiche, dass ich genau die erreiche bei Pull, die genau das suchen, was ich anbiete. Und das ist extrem wichtig. Und deswegen musst du da genau aufpassen und solltest hier keine Fehler machen. Wenn du mehr dazu wissen willst, meine Kontaktdaten findest du unterhalb dieses Videos. Dann können wir gerne nochmal auf die beiden Themen eingehen. Und ich kann dich auch gerne unterstützen dabei. Wir machen sowohl, was Push-Marketing angeht, Lead-Funnels zum Beispiel, also sprich Kampagnen auf Social Media, um dort Leads zu generieren. Das kann ich dir im Bereich Push anbieten. Natürlich machen wir auch Plakatwerbung oder Kampagnen, die multimedial sind, sowohl auf Print, Online, auf mehreren Kanälen von Outdoor bis hin zu Zeitungen, bis hin zu Fernsehen, komplett multimediale Kampagnen sind. Das ist aber alles Push-Marketing. Und ich kann dir aber genauso helfen, wenn es darum geht, wie ich Pull-Marketing richtig einsetze. Also wie muss ich im Portal das Ganze aufbauen? Wie muss ich im Suchmaschinenbereich das Ganze aufbauen, damit ich da genau gefunden werde, damit genau die Personen, die wirklich das wissen wollen, nur mich finden und idealerweise auch nur mich kontaktieren. So, wenn das spannend ist, kontaktiere mich. Wie gesagt, Kontakttaten findest du unterhalb dieses Videos. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du dieses Video teilst, likest und kommentierst und am besten den ganzen Kanal abonnierst. In diesem Sinne, auf geht's!